So, Ausflug unserer kleinen Container-Crew. Nasti. Nasti, Nasti. Buddy. Wo ist er denn? Buddy, 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 Buddy. Hallo, hallo. Und der Andy. Ja, wo ist er denn? Rechts, ja. Andy, unser Aktivster hier. Wollen wir mal nicht so indiskret sein. Ui, ui, ui. Jetzt sieht man mal, wie schlecht die läuft. Im Container, in dem Bereich, da läuft sie ja nicht so besonders viel. Und dann halt noch auf Kies. Die Nasti, unsere Chefin. Andy! Ja, genau. Du kannst mich mal von hinten sehen. Der Andy. Und Buddy-Buddy versucht zu entkommen. Buddy versucht zu entkommen. Nein, Buddy läuft ja immer den Zaun ab. Upsa. Ganz süß, der Buddy. Buddy. Du kennst ja seinen Namen schon. Buddy-Buddy-Buddy-Bud. Buddy-Buddy-Buddy-Bud. Hallo, du süß, der kleiner Kerl. Hallo, du süß, der kleiner Kerl. Die Nasti-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy. Ich habe den Rand, der bist der nächste Hi-Buddy-Buddy. Tschüss. 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 Vielen Dank.